Was ist die Ausgleichsverpflichtung? Wenn man in Berlin eine Call-Option angeboten hat, zu den gleichen Optionen wie die RWE und die Koalition der Auffassung ist, dass es wirtschaftlich ist, die RWE-Anteile zurückzukaufen, dann gilt das Gleiche für die Veolia-Anteile. Frage ich, weshalb nutzt man nicht diese Call-Option, hat 100 Prozent und man ist am nächsten Tag raus aus der Ausgleichsverpflichtung und man kann die Kalkulation der Berliner Wasserbetriebe auf eine neue Grundlage stellen. Das ist die erste Anmerkung von meiner Seite. Zweitens. Es mag ja sein, Kollege Ströter, dass Sie nichts davon mitgekriegt haben, was in diesen zehn Jahren alles versucht wurde. Bei all dem, was in diesem Antrag steht, außer der Änderung des Betriebegesetzes, weil das wirklich Ausgleichspflichten ausgelöst hätte. Bei der Frage der Abschreibung habe ich mehrfach einen Vorstoß gemacht, der blockiert worden ist von sozialdemokratischen Finanzsenatoren und den Privaten, weil Sie gesagt haben, das reduziert den Cashflow. Erstens. Zweitens. Bei der Änderung der Bewertung der Sonderposten, wo es darum geht, ob Zuschüsse, die an die Berliner Wasserbetriebe gegeben werden, zugunsten der Tarifkunden aufgelöst werden, ist auch dieses verhindert worden von den privaten Anteilseignern und von sozialdemokratischen Finanzsenatoren, weil es den Cashflow reduziert. Drittens. Was die Frage Kartellamt angeht, habe ich zwar Unterstützung von Ihnen, Herr Ströter, bekommen, aber von vielen Sozialdemokraten nicht. Es gab sogar Senatoren, die bei den Berliner Wasserbetrieben beim Vorstand angerufen haben und mit Ihnen geteilt haben, wenn ihr nicht klagt, dann kommt ihr in Regress, das heißt, wo direkt dagegen gearbeitet wurde. Auch das muss mal hier gesagt werden, wenn hier solche Redebeiträge gehalten werden, das muss mal richtig gestellt werden. Es ist zu keiner Zeit wirklich Unterstützung von Seiten der Sozialdemokratie bei einer Änderung bei den Berliner Wasserbetrieben gegeben haben, auch bei dem, was möglich gewesen wäre, sowohl bei der Frage des Kartellamts als auch bei den Fragen, die unterhalb dessen veränderbar gewesen wären, gab es Unterstützung. Und insofern brauchen wir uns nicht zu schämen, wenn wir heute diese Anträge stellen. Es wäre schön, wenn es jetzt auch von sozialdemokratischer Seite Unterstützung dafür gäbe, im Gegensatz zu dem, was in der Vergangenheit der Fall war. Dankeschön, Herr Kollege Wolf. Herr Kollege Ströter, Sie haben noch einmal die Möglichkeit zu erwidern und Sie nehmen diese Möglichkeit wahr. Bitteschön, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, Mensch, Kinder, habt ihr so eine Angst vor der Antwort, dass Sie schon schreien müssen vorher drei Minuten? Keine Sorge, das Präsidium kennt die Zeitvorgaben. Ich mache es ganz kurz. Kein einziger dieser Vorschlag, lieber Harald Wolf, kein einziger dieser Vorschläge ist jemals in eine Koalitionsrunde zwischen SPD und Linke eingebracht worden. Kein, ja da war ich immer dabei, kein einziger Vorschlag ist da jemals eingebracht worden. Und deshalb sage ich, das, beruhigt euch doch mal ein bisschen. Ihr seid wirklich außer Rand und Band. Nein, einfach mal zuhören. Waren Sie in den Koalitionsrunden dabei? Nein, also auch nicht. Kein einziger dieser Vorschläge ist eingebracht worden. Und heute ist es so, dass wir jetzt die Chance haben, einmal die Anteile zurückzukaufen und zum Zweiten den Berlinerinnen und Berlinern tatsächlich eine Preissenkung zu bieten. Das schlägt die Koalition vor. Und da bitten wir um Ihre Unterstützung, statt Vorschläge zu machen, die rechtliche Probleme haben, die unausgegoren sind und die aus meiner Sicht in der Form gar nicht gehen. Und das ist der Vorwurf, den ich Ihnen mache. Und die Vergangenheitsbewertung, die kann jeder für sich betreiben. Man muss dann so realistisch sein, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Und das ist eben von Ihrer Seite in keiner Weise passiert. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank.